Musik Können wir dann? Ja, ich denke schon. Gesundes, neues Jahr 2019 und damit herzlich willkommen zu... Keiner-Bauen-Show, ich bin doch da. Genau. Ja, das neue Jahr hat begonnen. Ja. Unser drittes Jahr. Ähnlich, Hammer, oder? Ja. Hammer, drittes Jahr und das ohne Pause. Und ohne Böller? Und ohne Böller. Ja, ja, nicht ganz, also ja ein bisschen, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Es gibt ja die große Diskussion gerade, ja? Mal wieder, jedes Jahr. Und das geil ist ja, in Berlin haben sie ja nicht so kurz vor Weihnachten aufgeregt über den Böller-Kram. Und dann kurz vor Weihnachten, wir müssen ja mal eine Initiative im Senat starten. Also verdienen immer nur kurz vor Weihnachten. Und das ganze Jahr über haben sie ja andere Sachen zu erledigen. Anstatt man jetzt damit anfängt. Jetzt. Ja, es ist aber, glaube ich, auch eine Wirtschaftsmacht, die dahinter steckt. Natürlich. Weil da gehen ja quasi Milliarden, nein Milliarden, aber Millionen über den Ladentisch. Es ist ja, also das ist ja schon der blanke Wahnsinn. Es gibt echt Freaks, ja? Weil die fahren direkt zu diesen Herstellungsfirmen über Nacht, nah machen da Party, um dann direkt die Ersten zu sein, die das kaufen. Weil du normalerweise bei allen möglichen Discounten oder sonstigen hinkaufst. Dann mach mal echt, fährt mal hin und gibt dann ein paar hundert Euro aus für so einen Scheiß. Ich habe den Jahreswechsel in der Lutherstadt Wittenberg verbracht, im schönen Sachsen-Anhalt. Wir haben nicht geböllert, wir waren nicht mal draußen, weil wir hatten ein Kind dabei und so weiter. Aber was um uns herum abging, das war unfassbar. Wir hatten ja so ein bisschen das Glück, dass unsere Wohnung auf so einem Hinterhof war. Also wir waren relativ gut, wir haben gar nicht so viel mitbekommen. Aber drumherum war ein Neubaugebiet und die Innenstadt war auch nicht weit entfernt. Also was man da ist, es ging quasi abends um fünf los, hörte nicht mehr auf und steuerte um Mitternacht seinen Höhepunkt entgegen. Also es war in Uraneburg ein wenig entspannter. Wir haben dann auch wegen den Kindern ein bisschen früher ein bisschen Feuerwerk gemacht, so gegen den Neun noch ein bisschen. Da waren die Kinder so um zehn, waren so durch miteinander, waren so kaputt, sind eingeschlafen und sind trotz Knallerei eingeschlafen und dann um Mitternacht, hier in der Gegend, wo unser Studio steht, war nicht ganz so viel Theater, war schöne Raketen draußen zu sehen. Ja, aber es ist nicht übermäßig. Und wir sind dann ungefähr eine Stunde später ins Bett, haben sie immer noch gehalten teilweise. Okay, eins war immer noch geschlossen. Böllerverbot, ja oder nein? Also man kann es, ich finde es richtig, wenn man das in Innenstädten macht, in öffentlichen Raum, kann man es verbieten. Im Privaten weiß ich nicht, ob man es sollte. Also vielleicht kann man Böller verbieten, aber vielleicht sollte man dann Raketen und so so eine Lichterpyramiden und sonst halt vielleicht belassen. Ich weiß nicht, die Böller sind ja das nervigste an der ersten Geschichte. Also verbieten, man kann es glaube ich eh nicht verbieten, weil wir will man es auch kontrollieren. Ich finde aber, man soll es besteuern. Und zwar richtig ordentlich besteuern. Dann hat nämlich der Staat auch noch ein bisschen was davon. Können wir noch mal Kitas und Schulen vielleicht von bauen. Davon haben sie bis jetzt in den Medien nur gar nichts. Die Leute belasten, ach um Gottes Willen. Aber ich finde, man sollte richtig hohe Steuern darauf legen, dass das auch richtig viel kostet. Und wenn sie das dann machen wollen, dann sollen sie es kaufen und dann haben wir aber nichts. Ich sag ja mal, du als Bundeskanzler, wer bedeutet das eine schöne Maßnahme? Ich bin ja auch nur knapp gescheitert als Bürgermeisterkandidat von Klein-Buchs-de-Rude. Du hast uns ja auch ein Bier aus Sachsen mitgebracht, das Freiberger 1883 Jubiläumsbruch. Ich war in Sachsen-Anhalt. Da wo ich war, gab es kein Bier. Es hätte ein Bier aus Wittenberg gegeben. Aber es gab es nur an einer Stelle und da bin ich dann nicht mehr hingekommen. Es wäre auch nur ein 1-Liter-Hunken gewesen. Es gibt auch in Sachsen-Anhaltische Biere. Die sind aber natürlich nicht ganz so... Also ich hab da schon einige probiert schon mal, aber sind so bei mir gut abgeschrieben. Das ist jetzt aus Sachsen, aus Freiberg. 1863 Jubiläumspilz. Warum Jubiläumspilz? Äh... 1863 zum ersten Mal aus Freiburg ein Bier nach böhmischer Brauart. Eine Tradition, der wir mit einem Pilz gebrauten Asar zerhopfen und böhmischen Gerste ein Denkmal setzen. Freiberger 1863. Damals wie heute. Also vielleicht ist es ein Jubiläumsbier vielleicht, weil es vor 6 Jahren quasi war ja das 180 Jahre Jubiläum. Da wird es noch her sein, ja. Wahrscheinlich. Bestimmt. So alt ist es aber noch nicht, ja? Ist noch nie abgelaufen, ne? Ich hoffe nicht. Ne, 19. Super. Dann werden wir mal. Ich möchte auch immer, ich kaufe dir kein abgelaufenes Bier. Bei mir steht es jetzt so lange, ja. Für kategorisch. Gucke mal. Sieht das schon mal richtig großartig aus. Perfekte Perlung. Es schäumt auch. Es schäumt auch. Es schäumt richtig gut. Es schäumt fassende Brause. Eine fluffige Blume. Ja, also die Blumenlosigkeit finde ich nicht so schön. Es hat einen sehr zitronischen Geruch. Es ist mega mal gespannt. Ich habe gerade statt Hopfig mild, Muffig mild gelesen. Muffig mild! Ja, so Muffig schmeckt es nicht. Es hat so eine Süßbitternis, ne? Am Anfang. Die dann sehr, sehr sich ausbreitet, so in den orangenen Krebsgutbereich. Ja. Ich glaube, das ist so ein ideales Bier, wirklich zum Mixen mit Fruchtsäften und Brausen. Für so ein Mixed Bier. Also dafür ist es wirklich, glaube ich, ideal. Bist du auch traurig, dass es den 500 Euro Schein jetzt nicht mehr gibt? Ach, den gibt es nicht mehr? Ab 01.01. gibt es den 500 Euro Schein nicht mehr. Okay. Ne, wusste ich nicht. Ich hatte, glaube ich, in meinem ganzen Leben auch noch nie einen 500 Euro Schein in der Hand. Geiles, ja. Ich weiß nicht mal, wie er aussieht. Äh, lila, glaube ich. Ich habe auch noch keinen an der Hand, aber warum? Vielleicht kannst du ja jetzt mal einen einblenden. Wenn ihr jetzt keinen 500 Euro Schein hier unten seht, dann wisst ihr, dass es in der Nachbearbeitung vergessen worden ist. Wieso? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja. Äh. Ist interessant. Dann hast du schon mal Bares für Rares gesehen? Ja, war schon mal. Und dann haben sie doch, wenn sie so erhöhte Preise haben, da fangen sie manchmal so einen 500 Euro Schein hin, weil sie ja nicht so viel Schein haben. Neulich habe ich dieses Jahr schon in der Folge gesehen, da haben die Kauft für 1200 Euro und dann hat die Wurde mit 50er bezahlt. Ding, ding, ding. So einen Stapel hier hinten an die ihr habt. War schon sehr lustig, weil für solche Sachen sind ja 500 Euro Scheine ganz gut. Aber der Normalbürger hinterher damit. Auch Selbstfangenstellen haben die ja nicht mehr angesprochen. Wegen Fältigungsgefahr. Wobei ich ja, also 500 Euro, ich finde das jetzt gar nicht so viel. Also, also jetzt, ich habe es nie einen, weil man ja sowas nie, aber ich finde es trotzdem so. Ich glaube, bei der Einführung haben sie damals umgerechnet, weil es gab es ja auch einen 1.000-Demax-Schein. Genau. Und deswegen auch 1 zu 1 übernommen haben. Also die Währung natürlich. Aber kein Mensch braucht es denn, weil wir hatten so viel Geld. Wir blenden mal hier eine Spendenadresse nicht ein. Guckt ja eh keiner. Auch sagt sowas nicht. Wie hast du denn deinen Neujahrstag verbracht? Auch so Deliriumsmäßig auf dem Sofa? Ne, wieso? Das ist meine Kinder. Da kann man schlecht mit dem Delirium auf dem Sofa hängen. Das war morgens um sieben Meter fit wie ein Turnschuh. Um Gottes Willen. Ja, da steht man dann fromm, fröhlich, fromm auf. Und dann ist man auf dem Weg zum Fernseher und macht den Fernseher und geht dann wie ins Bett. Nein, also wir waren ein ganz normaler Tag, also ohne Komplikationen. Wir haben neuer Spaziergang versucht zu machen, aber jedes Mal hat es angefangen zu regnen, wenn wir raus wollten. Ich sage nur, Netflix, Traumschiff, Tatort. Oh! Netflix fing gut an, ging ganz okay weiter und hörte als Desaster auf. Was haben wir denn hier abends geguckt? Weiß ich gar nicht mehr. Eigentlich guck, wir haben eine Serie auch auf Netflix geguckt. Welche? Peaky Blinders. Wir sind gerade in den 20-Jährigen. Achso. Ich gucke gerade Sense8. Großartig. Das ist jetzt nicht unser Tipp, oder? Nö. Achso. Und ich gucke gerade Dogs of Burden. Ahja. Das ist ja ein totaler Verriss. Ja. Was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehe, also ich habe mir gestern Abend drei Folgen reingezogen und ich musste wirklich fast zitternd ausmachen, weil ich hätte gerne auch weiter geguckt, aber es war halt dann so spät und irgendwann muss man ins Bett. Es ist wirklich unglaublich spannend. Es ist tatsächlich so, also... Spielt den 80ern, ne? Ne, spielt jetzt. Ach, desfer? Also es gibt so ein paar Kritikpunkte, die tatsächlich stimmen. Also einer, das ist zum Beispiel so, dass da auch Nazis vorkommen in dem Film. Die sind schon sehr klischee-mäßig in den 90ern angesiedelt. Die sehen heute nicht mehr so aus, wie glaube ich da gezeigt. Und es gibt ein Fußballspiel, es geht ja um die deutsche Fußballnationalmannschaft, wo dann ein türkisch-deutscher da ermordet wird. Und da dreht sich dann so eine Hälfte. Und dann wird ja auch so ein Spiel gezeigt. Und das sieht schon technisch... Es sieht aus wie so ein Xbox-Spiel aus. Das haben sie irgendwie sehr grottig umgesetzt, ehrlich gesagt. Aber egal, es ist wirklich eine spannende Geschichte. Unglaublich interessant und deswegen... Ich habe jetzt so einiges gesehen. Ich habe ja jetzt einen Netflix-Zugang. Ich möchte ja gar nicht sagen, woher ich ihn haue. Wie war den Wischhafter? Aber legal. Ja, ja. Tolle Sachen schon gesehen, muss ich sagen. Ich habe jetzt... 22. Juli habe ich mir angeguckt. Würdest du wahrscheinlich nicht gucken können, dass dieser Film über diesen Attentäter, der in Norwegen erst da irgendwann in die Luft gejagt hat. In Oslo. Und dann auf diese Insel Anders Breivik. Wo man ja wirklich sagen muss, also... Das ist ja wirklich unfassbar, was der da gemacht hat. Und auch, wie er das begründet hat, ist ja noch viel unfassbarer. Und ja. Also ein Nazi, der mal fix irgendwie 70 Leute umgebracht hat. Und selbst sich noch nicht mal als Schuldiger sieht. Nö. Aber auch selber von sich sagt, er ist nicht verrückt. Ja. Es ist ein eklig Kracher, ja. Ja, das war mein Sonntag. Achso, ja. Traumschiff waren wir diesmal in Japan. Wobei ich sage, also... Also wie gesagt, ich hatte mal guckt, da war so ein Pimpf mit meinen Großtanten zusammen. Danach war aber auch Schicht im Schacht. Ich muss mir mal ältere Folgen mal angucken, weil uns ist zum Beispiel wieder mal aufgefallen, dass auf diesem ganzen Traumschiff keine Leute sind. Also es sind immer nur die, die spielen. Und es ist fast niemand mehr im Hintergrund. Aber früher wurde doch einer auf einer regulären Tour... Der Leute auch noch angeblich. Aber man sieht auch keine Leute. Es gibt ganz wenige Szenen, wo Leute im Hintergrund sind. Ansonsten sind immer nur die Leute da, die halt mitspielen. Und meine Großtanten sind damals auf der Amst Deutschland zu Tour gefahren. Auf einer der Traumschiffruten. Wenig noch wüsste ich. Irgendwo im Norden sind so geschippert. Und dann habe ich den schlechtesten Tatort seit lange gesehen. Der höllische Heinz. Den wollte ich eigentlich gucken. Nein, probier nicht. Ich habe aber meine Frau gesagt, wir gucken mal andere. Ja. Deine Frau, muss ich sagen, hat da wirklich ganz gut reagiert. Der war so. Also ich glaube, dass der Weimar Tatort noch nie besonders gut war. Der versucht witzig zu sein, aber man hat bisher noch nie. Und hat auch beschissene Namen immer dafür. Der höllische Heinz. Ja, oder genau. Letztes Mal war irgendwie die Enten Tode oder sowas. Ja. Also das ist halt nicht so meins. Soll ich dir sagen, dass ich mal ein Zettel überwiesen kann? Echt? Ja. Ach. Das ist ja nun endlich auch Viva Geschichte. Ja. Haben sie nun endlich begraben. Und die ging ja wirklich sang- und klanglos. Wumm. Wie sang- und klanglos. Ja. Ja, das ist unspektakulär wirklich gewesen. Letzter Song. War ja gut. Ja, aber da stand da noch Rest in Peace. Ja. Ja, was sollen sie denn auch machen? Aber das coole war wirklich, dass sie die Phantys nochmal genommen haben. Den ersten Song, den sie damals 307 spielten, waren jedoch das letzte Mal nochmal drauf. Das war cool. Obwohl, sie müssen da irgend so ein YouTube-Dings abgespielt haben, weil die Tonqualität von diesem Song war unterirdisch. Vielleicht haben sie keine Rechte mehr dran gehabt. Ach ja. Die haben doch alle Musikclips garantiert in irgendeinem Archiv zu liegen. Also. Geh mal. Vielleicht haben sie schon einen Verkauf gehabt. Ihr habt dann schon die Schloss gekauft. Ach, weiß ich denn. Hier ist mir ja für die Wurst. Hier war jetzt fand ich jetzt schön, den alten Clip von ihr fand das mal hier zu sehen. Und dann war Schluss. Und dann fing Comedy Central an. Ja, das ist ja auch. Das muss ich sagen, das ist ja wirklich ein Scheiß-Sender. Ja, vor allem. Ist ja nur ein Abspiel von uralten Serien. Es ist ein Abspiel von uralten Serien, wo da mal drei Folgen hiervon, drei Folgen davon, aber auch in keiner Reihenfolge. Ohne Struktur. Und was ich ja, wo ich ja denke, also die zeigen kein Vorspann, kein Abspann. Sie zeigen nur das rohe Material quasi. Wo ich mich ja auch frage, also wie muss man seine Zuschauer hassen? Also, wie blöd hält man die Leute eigentlich? Und wie viel Wert legt man auf das, was man da zeigt? Gar keinen Wert. Weil im Endeffekt, das ist nur eine Überbrückung von Sendezeit. Weil denen ist das doch völlig wurstwert, Leute. Hauptsache, du schaltest mal kurz ein, die könnten ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen Währung schalten und weiter läuft, ist die doch völlig wurst. Das ist doch nicht so, wie er kommt. Das war eigentlich früher von MTV. Ja, klar, deswegen ist ja der Kanal. Aber das ist wirklich klar. Also, wie gesagt, das Einzige, das wäre jetzt auch nicht mein Tipp, aber es gibt am Montag, glaube ich, schon einen Serienstart um 19 Uhr. Bei Comedy Central. Ja. Und zwar Live in Pieces. Ich glaube, es kann nur was sein, dass die Serie schon mal vorgestellt hat. Die ist schon in Ewigkeiten bei Amazon Prime zu sehen. Das ist eine Sitcom aus den USA, so eine Familienserie. Und das ist auch nochmal so eine richtig schöne Comedy-Familienserie. Aber wenn es denn auch gerade nicht läuft. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das bei Comedy Central als Reste-Rampe da versendet wird, das klingt ein bisschen schade. Aber, naja. Guckt euch da an, wo es herkommt und dann ist gut. Wollte ich gerade sagen. Also, im Endeffekt macht da wirklich in dem Sinne Fernsehen ja keinen Spaß mehr, oder? Ne. Also, tagsüber halte ich mich, wenn ich mal Fernsehen gucke, wirklich nur noch bei den Doku-Kanälen auf oder bei MTV oder Welt oder sonst so ein Kram. Ne, das mache ich auch nicht. Also, wie gesagt. Ich gucke ja, ich gucke so gut wie gar kein Neural-Familienserie mehr. Oder vielleicht nochmal die dritte Nachricht, die wir hatten. Übrigens, am 1.1. ist ja Sat1 das erste Mal auf Sendung vor 35 Jahren. Ja, am 2.1. RTL Plus. Ja. Mensch. Ne, ich gucke, ich ziehe mir alles aus den Medien. Ich gucke nur noch, was lief denn so und gucke mir das alles. Oder ich habe, das habe ich ja auch im Zettel zu stehen, vor 40 Jahren war ja der Katastrophen-Winter 1978, 1979 in, ja, doch in ganz Deutschland. Sagen wir mal in Norddeutschland. Ne, im Laufe der Tage hat sich das bis zu den Alpen vorgearbeitet. Also, es gab jetzt eine neue Doku in MDR, 1,5 Stunden, die ich auch tatsächlich schon vorher gucken konnte, weil die schon vorher in der Mediathek war. Und es gab ja schon mal eine Doku, die sie quasi seit 15 Jahren rauf und runter gesendet haben. Die ist jetzt nochmal neu gewesen, wo sie auch nochmal neu recherchiert haben. Sehr interessant, wo sie auch mal grafisch und mit Animationen gezeigt haben, was da eigentlich in der Luft und überhaupt passiert ist. Und das hat sich tatsächlich in den Tagen bis ganz nach unten, also die ganze DDR war betroffen. Und auch, also eigentlich bis runter nach Bayern. Stromausfälle und Stromabschaltungen, weil nicht genug Strom da war, also das war alles sehr prekär. Ja, dazu gleich eine persönliche Geschichte. Ich war ja noch nicht zu dem Zeitpunkt auf der Welt, aber ich war ja im Bauch meiner Mutter und die war auch gerade auf dem Weg zur Silvesterparty nach Berlin in Westbaden. Was macht zur Steckplan? War Schichter. Dann wurde es irgendwie rausgeholt und dann wurde er rausgeholt. Ja, ja, so ist das halt. Ja, Jahrhundertwinter. Mal gucken, ob der, ob noch dieses Jahr Winter wird. Jetzt ist es eher lau. War noch mal um aufs Fernsehen. Also ich finde es schon krass, was Netflix da so alles hat. Und auch welche Qualität es teilweise hat. Und doch, ich finde auch sehr viel besser, also sehr viel besseres, besseres Material als z.B. Amazon Prime. Hatten wir aufgefahren, dass wir heute wollten euch einen Kinderfilm gucken. Wir haben auch mal geguckt gehabt. Das war der Prinz von Ägypten. Und ihr wollt unser Kind noch mal gucken und da war er weg. Wie? Da war er raus aus der Mediatik. Achso, ja. Bei Fremdware kommt es vor, dass sie dann am Jahresende die Lizenz nicht mehr haben. War total schade. Aber es ist bei Amazon Prime, da gibt es richtig so eine Rubrik. Nicht mehr lange verfügbar oder so. Und da siehst du dann, dass du dann demnächst, also da gibt es tatsächlich immer mal wieder sowas, dass du dann die Rechte nicht permanent haben. Ja, das war auch mal ein Kind. Aber dann bocke ich danach. Dann wollte ich unbedingt den Film gucken, den Prinz aus Ägypten und dann war nicht mehr zu finden. Und ich habe schon einen Hit. Du hast schon einen Hit? Ja, der ging tatsächlich auch am 1. Januar online. Ich kannte den vorher nicht, aber das ist auch sowas, ich höre meine Musik quasi nur noch auf YouTube. Ich höre auch kaum, also immer weniger Radio. Und ich höre meine Musik, meine Playlist habe ich ja schon mehrmals erwähnt auf YouTube. Und gucke auch sehr offensiv, was so an Neuigkeiten kommt. Es gibt ja immer diese Rubriken Neuigkeiten und Musik und so weiter. Da wird dann ja auch viel angezeigt, wenn man auch viel Musik guckt. Und da bin ich jetzt auf Sedo gestoßen. Das muss irgend so ein YouTuber sein, den ich vorher nicht kannte, der auch diese üblichen Clips macht. Die sie ja alle machen. Also nicht so wie wir, der so über irgendwelche Sachen erzählt. Nicht so professionell wie wir. Ja, genau. Und der hat jetzt einen Musikclip rausgebracht, der heißt Bruder muss los. Können wir mal, also ich sag das jetzt einfach mal. Blenden wir jetzt hier so mal ein. Wir versuchen mal eine Review einzublenden. Hört man auch. Du musst natürlich sagen, wie lange es geht. Ne, dann machst du einen kleinen Ausschnitt rein. Also jetzt hört man es vielleicht nicht mehr. Du kannst es ja so leise noch im Hintergrund laufen lassen. Ne, und ich finde diesen Song irgendwie total cool. Also Bruder muss los, also ich kann es gar nicht nachsingen. Es ist so eine Mischung aus Rap und Melodie. Und das Lustige ist, er ist auf so einem kleinen Tretroller unterwegs. Das ist also, ich finde, wenn man es so das erste Mal hört, hm. Aber dann fand ich es irgendwie total cool. Und es ist für mich so der erste Hit 2019. Ja, wir haben uns dann bei der Bearbeitung genauer mal angeguckt. Das ist das Stichwort Musik. Ich habe Musik mitgebracht. Das ist aber etwas in Festform. Und zwar Wow Beat. Was heißt in Festform? Ja, das ist mal eine CD wieder. Das haben wir öfter mal nur in digitaler Version. Also wir werden ja bemustert. Kann man ja mal so sagen. Und erstmal haben wir auf eine CD zugeschickt bekommen. Beziehungsweise eine CD, beziehungsweise DVD. Das ist ein schönes Paket. Das ist das Wall Beat. Let's Boogie. Live von Tilia Parton. Das ist ein Livekonzert 2017 von der Band Wall Beat im Stadion in Dänemark. Ich glaube die 50.000 haben da reingepasst. Und da spielen sie wirklich alles, was sie in den letzten 15 Jahren sind. Ich knarre hier immer. Ja. Das ist der Hocker. Vielleicht soll ich den mal austauschen. Willst du ihn vielleicht mal haben? Nein. Vielleicht soll ich mal ölen oder so. Ölen. Ein Stuhl. Weiß ich doch nicht. Also bitte in die Kommentare mal schreiben, ob man einen Stuhl ölen kann. Ja, bitte. Kann ich jetzt weiter erzählen? Also, wie gesagt. Wall Beat. Eine großartige Rockabilly Metal Band aus Dänemark um Michael Pausen. Da haben wir jetzt schon einige Alben am Start gebracht. Das war schon ein Live-Alben. Und seit dem letzten Live-Album, Live at Beyond Heaven and Beyond Hell, ist dieses schöne Live-Dokument erschienen. Ein unfassbares Gutes. Die letzten Alben waren nicht so der Knaller von Wurbit, aber diese Live-DVD-Doppel-CD ist der Hammer. Mit illustren Gästen wie von Mille von Creator oder Barney von NapamDev oder auch Lars Ulrich von Metallica. Ja, auch dieser war, da war er jetzt ja auch gebürtiger Däne. Ich dachte ja kurz an Jan. Nee, der nicht. Das meine ich. Was cool ist wirklich, dass sie halt die Stücke, was sie auf Platte nicht so gut hinkriegen, auch Radio. Die sind ja radio-tauglicher, mainstream-tauglicher, aber auch hier auf dem Konzert bringen sie das Alben noch ein bisschen straffer, ein bisschen härter, ein bisschen schneller. Großartige Nummer. Und es gibt einen schönen neuen Track auf dem Album The Everlasting. Werden wir jetzt natürlich auch in den Begleittext einfügen, als YouTube-Clip, als Live-Clip The Everlasting. Eine großartige Nummer. Kommt zwar nicht so ganz hoch wie die anderen alten Klassiker von der Band, aber wie gesagt, ein schönes Ding. Let's boogie. Kennst du Jean Calment? Wow. Der Name sagt mir irgendwas, aber jetzt so spontan. Die Frau ist 1997 gestolten. Ah ja, großartiges Thema, ja. Und ist 122 Jahre geworden und gilt damit bis heute als die am längsten lebende Frau der Welt. Ah. Und nun kommt wohl raus, dass sie gar nicht 122 Jahre alt war. Ja, weil irgendwann mal ihre Tochter... Sie ist wohl relativ früh mit 68 oder in den 60ern gestorben. Nee, in den 30ern. In den 30ern. Da hat sie irgendwie eine Lungenentzündung oder jedenfalls ist sie da verstorben und die Tochter die Identität angenommen. Ja, Yvonne. Ja. Und dann gesagt, ich bin Jean. Weil cool ist, da haben jetzt zwei russische Wissenschaftler entdeckt oder rausgefunden, weil wir haben die Bilder verglichen von früher und von jetzt. Auf jeden Fall sieht es ja komplett anders aus. Vielleicht wenn sie noch so 20 Jahre alt sind. Cooles Ding, ja. Die Promi-Gemotstage, die wir heute haben, sind natürlich alle spektakulär. Spektakulär, natürlich. Silvester hatte Ben Kingsley Geburtstag und ist 75 geworden. Genauso wie der FDP-Politiker Wolfgang Gerhardt. Wann habe ich denn hier noch? Montag habe ich nix, Dienstag habe ich nix, Mittwoch habe ich nix, Donnerstag habe ich unseren Schumi. Michael Schumacher ist 50 geworden und ja, was soll man sagen? Lebende Legende ist aufgrund seines Unfalls nicht mehr in der Öffentlichkeit. Auch das ist gut so und dass es auch nix nach außen trinkt, finde ich gut. Auch wenn man sie natürlich immer fragt, wie geht es ihm. Aber ich finde es gut, dass die Familie sich so bedeckt hält. Es gab eine sehr, sehr gute Doku am Donnerstag, am ersten Nachmittag. Hatte man noch abends zeigen können, sag ich mal. Aber lief als Nachmittag. Fand ich sehr spannend. Wir haben auch noch mal auf sein Leben zu sein und dann auch noch mal auf den Unfall eingegangen. Vor allem, mittlerweile hat er seinen Sohn, steigt er ja hoch als Rennfahrer großartig. Am Neujahrstag, 45 geworden, Marco Schreil. Nee, er hat extra ausgelassen bei Berlin. Ja, war ja DSDS-Moderator, ist ja gestern auch wieder angelaufen, also nicht mit ihm als Moderator. Aber ja, 16. Staffel. Und inzwischen ist er, ich glaube er macht Reisesendungen im dritten Programm, hat glaube ich ein Quiz im WDR und ist Radiomoderator im hessischen Rundfunk, glaube ich auch noch. Ja, das ist doch eine gute Karriere, würde man sagen. Am Samstag, Schockrocker Marilyn Manson, ist auch 50 geworden. Aber mittlerweile ist nicht mehr viel mit Schock, sondern abgefragt. Nee, sieht doch, finde ich, aus wie 70. Ja, ja, furchtbarer Typ. Am Freitag, herzlich willkommen im Club der 40er, Kevin Kuske. Bobfahrer. Habe ich getroffen, letztes Jahr. In der Grundschule in Bötzow, habe ich seine Medaille mir angucken dürfen. Sehr sympathischer Typ, mächtig, muskelgepackt natürlich. Und ich weiß gar nicht, ob der noch aktiv ist, ehrlich gesagt. Aber ja, 40 geworden jedenfalls. Dann, großes Idol von mir, sage ich mal. Also ich liebe die total, Judy Winter. 75. Ja, am Freitag 75 geworden. Ich finde die Frau großartig. Eine wahnsinnige Ausstrahlung, ja. Eine wahnsinnige Ausstrahlung, eine unfassbare Stimme. Ja. Und auch wie sie spielt. Also ich habe, glaube ich, letztes Jahr eine Doku über sie gesehen. Nicht eine Doku. Es gibt diese Reihe im SWR. Krause übernachtet bei irgendjemandem. Pierre M. Krause. Und da war er bei Judy Winter und ist eine so sympathische Frau. Und mit den 75 doch immer so wahnsinnig gut drauf. Und ich habe noch heute, am Sonntag, Henry Maske. Ja. Den habe ich auch. Den habe ich auch. Der Schendelman Boxer. Der Schendelman... Der... Franchise Unternehmer. Ja. Brötchenbude. Und neuer wäre J.D. Salinger, 100 Jahre alt geworden. Erfänger am Rogen. Den haben wir gelesen in der Schule, den ich nicht verstanden habe. Beziehungsweise, glaube ich, nie zu Ende gelesen habe. Es ist schon bisher einer in diesem Jahr verstorben. Wer denn? Mean Gene Oakland mit 76. Sag dir das was? Nein. Großartiger Sportjournalist bei der WWF früher. Ach. Ja, stimmt. Was habe ich da gelesen? Wrestling... Da habe ich irgendeinen Begriff gelesen, wo ich dachte, was ist das denn? Ja. Ja, der ist so der... Hans Dampf und Eingasten. Der hat alle mögliche moderiert, Interviews geführt. Ähm... Jedenfalls eine total coole Sorge. Wir sind in den 80er, 90ern. Da haben wir natürlich ein bisschen zurückgetreten. Aber das ist jetzt... Ist all Hall of Famer da. WWE. Ist jetzt... Leider am 76. Passed away. Manchmal lüge ich. Echt? Mhm. So heißt das Buch natürlich. Ich. Bitte nicht. So heißt das Buch, was ich heute dabei habe. Manchmal lüge ich. Äh... Liegen tue ich auch manchmal. Aber manchmal lüge ich. Ein Psycho-Thriller erschienen bei Rowold. Row, Row, Row von Alice Finney. Ähm... Es geht um Amber Reynolds. Die liegt im Koma. Ja. Also sie hat am ersten Weihnachtsfeiertag einen schweren Verkehrsunfall. Und keiner weiß eigentlich so genau, wie es dazu gekommen ist. Weil offensichtlich ist sie nicht selbst gefahren. Und äh... Ja, aber keiner weiß, wer gefahren ist. Ich teorie. Hinzu kommt, dass ihr Mann irgendwelche Wunden am Körper hat. Also es muss irgendeine Auseinandersetzung vorher gegeben haben. Er sagt aber, er hat mit diesem Unfall nichts zu tun. Und ja. Also Amber liegt jetzt im Koma. Sie sagt von sich, so steht es auch hier drauf, mein Mann liebt mich nicht mehr. Und sie sagt, manchmal lüge ich. Und das ist natürlich eine sehr spannende Geschichte. Man erfährt dann auch... Also das Buch ist so ein bisschen aufgeteilt. Man erfährt einerseits, was ist vor Koma passiert in den Tagen davor. Sie ist Radiomoderatorin. Und es läuft aber nicht gut in ihrem Job. Also man will sie eigentlich loswerden. Und sie wiederum will die Star-Moderatorin. Also sie ist ja nur so Co-Moderatorin. Will sie loswerden. Und da ist so eine Geschichte. Dann erfährt man, was denn nach diesem Koma passiert ist. Also sie bekommt im Koma liegend alles mit. Was so in dem Krankenzimmer passiert. Und kommentiert das so für sich. Und das ist auch sehr interessant. Das ist interessant aus einer Weltperspektive, ja. Und man erfährt auch, was als Jugendliche passiert ist. Weil da gibt es dann so Tagebucheinträge aus der Zeit. Von vor, naja, 30 Jahren oder so. Ja, also eine wirklich sehr interessante Geschichte. Die auch mit der Zeit immer spannender wird. Auch durch diese Dreiteilung. Dass man immer den Ebenen so ein bisschen hin und her wechselt. Ist das sehr, sehr kurzweilig. Und wirklich sehr, sehr spannend. Der Psycho-Thriller. Manchmal lüge ich von Alice Finney bei Ro-Ro-Ro. Vorsicht. Da sind wir schon wieder am Ende dieser Woche. Ja. Ja. Nächste Woche haben wir einen Gast. Das solltest du doch dann nicht verraten. Doch. Ja, gut. Es guckt doch an dieser Stelle so keiner mehr zu. Mann! Ich habe erst neulich wieder gelernt, dass YouTube-Videos ja nie bis zum Ende geguckt werden. Ja. Ihr guckt doch immer von vorne bis hinten. Ja, ich auch. Aber wir sind ja... Sind die Einzigen. Ja. Also nächste Woche mit Gast. Ja. Und was war das hier? Keine Wochen Show. Prost. Auf ein schönes Ende der Weihnachtszeit, die ja heute endet. Ja. 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 Ja.